Hallo Freunde, wir sind jetzt in einer Kamerle hinter der Bühne, wo man zur Siegerehrung rausgeht. Heute haben wir eine Google Hangouts Session aufgenommen und wie man sieht, das Kamerle ist nicht gerade groß, aber es reicht für eine kurze Google Hangouts Session. Ich habe erstens meine Goldmedaille mitgebracht, zum zweiten habe ich den Manfred mitgebracht, der mein kleiner Trainer ist und mit mir quasi als Interviewpartner das Google Hangouts recht gut rübergebracht hat. Wir waren locker, der Mann kennt mich schon seit 2004, seit 2005 im Prinzip. Und das ist einfach gleich, geht das auch leicht von Hand, oder Mandy? Was sagst du? Ja, das ist ein ganz tolles Interview, glaube ich. Und wenn ihr Interesse habt, ihr findet sicher irgendwo den Link, wo ihr das anschauen könnt. Wir reden ein bisschen über die Abfahrt, über den Super-Ski, über die Erwartungshaltung für den riesen Torlauf. Und es ist einfach so, dass sie mit dem Mann da sitzen, da fällt mir einfach das Reden leicht, weil er weiß, wie er mir die Fragen stellen muss, dass ich gut red. Und ja, es ist einfach, da zu sitzen ist für mich auch eine Ehre. Weil ich bin zwar einer auf der IPC-Seite One2Watch, aber ich glaube, da darf nicht jeder drin sitzen. Und noch dazu auch mit so einem super Zwischenergebnis. Die haben noch Disziplin vor mir. Vielleicht kloppt es einem riesen Torlauf. Bleibt dran, schaut euch die Blogs an. Und ich glaube, wir werden noch ca. 2-3 Mal einen Blog aufnehmen. Und ja, werdet einfach dabei. Also, gar keine Schalten und wir sehen uns.